Mach den nochmal kaputt, ich will ein paar Münzen mitnehmen. Danke. Na, das war so klar. Ah, das ist gut. Eieieieiei. Alter, Alter. Ja, das war klar, irgendwann musste das ja mal passieren. Okay. Ach ja, einen Endboss gab es ja hier auch. Ich kapier den noch nicht so ganz. Das ist immer wieder... Aha. Ich muss die von unten anspr... ...bringen. Und mich von denen nicht treffen lassen. Oha. Okay, den mach ich auf jeden Fall noch. Das war aber voll lang von hier bis nach da hinten, ne? Ne? Kommt der noch mal? Natürlich. Ah, das würde auch funktionieren. Kann die nicht töten. Ey, nur weil der da runtergefallen ist, der Wichskopf, ey. Wunder! Warum auch immer. Ach so, weil ich getötet hab ganz viele Sachen. Okay. Okay. Gernend, 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 gern. Hm. Boah, ich darf mich echt nicht treffen lassen. Ah, ich brauch das Feuerding, dann kann ich den direkt abfackeln. Oha, ich darf's aber nicht verlieren. Oha. Nur noch acht Leben. Hm. Ich muss den aber kaputt machen. Oha. 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 Ich darf das Ding nicht verlieren. Ich wollte grad sagen, am besten so schnell wie möglich abhauen, dass ich vielleicht die die Wolke Outrunne sage ich jetzt mal, falls man das so nennen kann. Alter. So, jetzt bloß nicht verkacken. Oha. Ist das nicht schon jetzt? Ernst? Okay. Oha. Wie ganz schön. Oha. 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 Du bist nicht schon. Ich darf mich auf jeden Fall von ihm nicht treffen lassen. Habe ich ihn getroffen? Nee, ne? Oh, fuck. Nicht machen. Nein, ey. Ich krieg... Einmal hätte mir noch gefehlt. Es ist so ätzend, immer da hinzulaufen, ey. Ja, natürlich! Hurensöhne, jetzt kann ich mich da nicht festbacken da oben. Also was jetzt backen ist, ist ja extra dafür vorgesehen. Das ist halt so ätzend der Weg dahin, ne? Eine Feuerkack hat mir auch nicht geholfen. Mein Kopf hat gerade gejuckt. Oh! Oh! Jedes Mal der gleiche Ranz! Oh! Jedes Mal der gleiche Ranz! So. Jetzt aber. Ich verpiss mich nach unten rechts in die Ecke. Mach mich klein. Okay, kleingeduckt kann man auch springen. Okay. So. So. Das ist glaube ich die beste Taktik, sich hier irgendwo verkriechen. Dim, dim, dim. Ach. Hätte ich abwarten sollen. Einmal noch? Ich weiß es nicht. Aber der Hintergrund, der gefällt mir sehr gut irgendwie. Ach, natürlich! Nein, 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 nein. Gut, dass du in die falsche Richtung geschossen hast. Dankeschön! Sieben Leben haben wir noch. Ich hoffe, wir kommen jetzt zurück. Das war einiges an Cash. Gut. Das sieht mir sehr nach Endwelt aus. Ja. Das Sirup-Schloss. Was nicht nach Sirup aussieht. Sehr gut, wir kommen wieder zurück. Aber wir machen für hier heute Schluss, weil gleich geht nämlich lecker essen. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Aufnahme gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.